Meine Lieben, erinnert sich jemand an meine letzte Predigt? Das erste Bild, das wir gesehen haben, war ein wunderschönes Ehepaar, die ihr Leben zusammen immer noch Hand in Hand gehen, die in der Welt noch immer noch Hand in Hand gehen. Wir haben darüber gesprochen, welche Faktoren eine Beziehung beeinflussen. Das heißt, welche Faktoren eine Beziehung stärken können oder vielleicht auch zerbrechen können. Und wir hatten fünf Punkte, die wir ganz klar gegliedert haben oder fünf Punkte, die wir besprochen haben. Und weil es so schön war, dachte ich, machen wir genauso auch weiter. Vielleicht wird es die ein oder andere Überschneidung geben mit der letzten Predigt. Aber es werden trotzdem noch mal fünf neue Punkte in dem sein. Und so, was beeinflusst, was bestimmt, was ist vielleicht auch ein Problem in Beziehungen? Und ein wichtiger Punkt, wir springen sofort rein, den ich mir rausgesucht habe. Es sind Lebensveränderungen. Es sind Lebensveränderungen. Ihr seht, ich habe hier Kisten rausgesucht, ein Umzug ist zu sehen. Und im Leben geschehen oftmals solche Umzüge, solche Veränderungen. Das heißt, das, was gewohnt war, ist nicht mehr da. Und auf einmal hast du andere Nachbarn. Du hast eine andere Inneneinrichtung. Du hast ganz andere Wege, die du jetzt fahren musst. Der eine kommt damit klar. Кто-то быстро mit dem Sprechner stellt sich um. Кто-то перестраивается. Aber der andere sehnt sich immer nach dem alten und lebt noch im alten. Aber andere, sie schlugt über den Vergangenen und leben über den Vergangenen. Früher war alles besser. Ranns war alles besser. Stimmt das? Das ist so? Nein. Nein. Jemand sagt Amen. Die Frage ist, ob man sich anpassen kann oder nicht. Und so geschehen auch in den Beziehungen Veränderungen. Und so происходят in den Beziehungen Veränderungen. Sei es sogar wirklich ein echter Umzug. Как будто es wirklich ein настоящий переезд. Seien es große Sachen, wie zum Beispiel ein Hausbau. Ich habe noch vor kurzem eine Geschichte gehört. Der Mann arbeitet voll Zeit, baut nebenbei noch ein Haus. Ich habe noch vor kurzem Ein Mann arbeitet voll Zeit, baut nebenbei noch ein Haus. Für die Familie. Die Frau sagt, du verbringst gar nicht mehr so viel Zeit mit mir, ich sehe dich nicht. Um die Geschichte kurz zu machen, ich lasse mich scheiden. Moment, ich mache das alles für uns. Ich streng mich hier an, arbeite Tag und Nacht. Nein, es ist anders, als wie es früher war. Ich will, dass du mir deine Zeit schenkst. Und so geht eine Beziehung anhand so einer Sache in die Brüche. Es gibt natürlich auch gute Beispiele. Ich habe hier jetzt wieder so ein Extrem genommen. Kinder, Familienzuwachs. Man weiß nicht mehr, was es bedeutet, auszuschlafen. Dinge verändern sich. Man muss sein Leben anpassen, anders funktioniert das nicht. Und deswegen, wie wir im letzten Mal schon besprochen haben, die Kommunikation, der Austausch der Eltern ist so enorm wichtig. Gehen wir als ein Ganzes in die Situation hinein. Wenn die Ehepartner als... Okay. Dann ist es so viel einfacher. Das Problem ist aber, wenn nicht gesprochen wurde, der eine denkt das eine, der andere das andere. Und die Problem ist, dass wenn die Leute nicht общаются, nicht reden, dann denkt das andere, dann denkt das andere. Da sind Konflikte vorprogrammiert. Dann sind Konflikte уже запrogrammiert. Familienzuwachs ist wieder etwas Positives. Aber was ist es, wenn andere Sachen eintreten, die man nicht geplant hat? Aber was ist, wenn andere Sachen eintreten, die man nicht geplant hat? Krankheit. Ich habe vor kurzem noch mit einem Menschen gesprochen, der meinte, ich bin die ganze Zeit zu Hause, ich muss meine Frau pflegen. Wenn sich das Leben auf einmal radikal ändert, wie gehen wir damit um? Denken wir überhaupt in solchen Möglichkeiten? Ich finde, man muss einfach realistisch an das Leben herangehen. Denn im Grunde dadurch zeigt sich die wahre Liebe. Es ist einfacher, jemanden zu lieben, wenn er genau das macht, was ich will. Aber was ist, wenn er mir nichts mehr geben kann, sondern meine Liebe braucht? Wie sieht es dann aus? Und deswegen, das sind Dimensionen, die man nicht ausblenden sollte. Es ist die Dienende Liebe Christi. Er kam auf diese Erde, um uns zu dienen. Was können wir ihm geben? Alles, was wir tun, ist nur eine Reaktion, ist ein Dankeschön auf das, was er bereits getan hat. Und viele Menschen sind aber nicht bereit, umzudenken, sich der Situation anzupassen und zerbrechen daran, auch als Persönlichkeit. Ich habe euch einen Bibelfers mitgebracht, der eigentlich über ein bisschen was anderes spricht, aber ich will euch daran etwas zeigen. 2. Korinther 5, 17 2. Korinther 5, 17 Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Поэтому, wenn jemand in Christus находится in Christus, er ist ein neues творение. Все старое миновало, jetzt alles новое. Ich habe mich bekehrt. Ich bin zu einem neuen Menschen geworden. Ich bin zu einem neuen Menschen geworden. Das ist das, was das Wort sagt. Das ist das, was das Wort sagt. Aber die Sache ist, ich muss jetzt auch selber umdenken. Aber die Sache ist, ich muss jetzt auch selber umdenken. Ich muss jetzt mich sozusagen meinem Status anpassen. Das heißt, Christus beruft mich. Und jetzt muss ich mich umstellen, umdenken, mich anpassen. Das heißt, unser Leben besteht immer aus Veränderungsprozessen. Und genauso auch in der Beziehung. Und je einfacher wir es haben oder je schneller wir uns Situationen anpassen können, desto besser werden wir es in der Beziehung haben. Und deswegen diese Umdenkprozesse sind so grundlegend wichtig. Es ist sehr wichtig, prinzipiell wichtig. Der nächste Punkt, über den wir reden, über den wir reden, diese wunderschöne Frau, diese wunderschöne Frau, ihr seht, wie sie ihre Einkäufe trägt. Ihr seht, wie sie ihre Einkäufe trägt. Und sie hat, denke ich, Erwartungen. Oder generell, wir reden über unerfüllte Erwartungen. Wir haben eben gerade darüber geredet, über die Liebe Christi, dass sie eine dienende Liebe ist. Aber die Sache ist, wenn man in eine Beziehung hineingeht, hat man meistens Erwartungen an den Partner. Manchmal bewusst, manchmal unterbewusst. Manchmal realistisch, manchmal nicht realistisch. Manchmal denken wir, dass das, was in meinem Leben nicht funktioniert, oder dort, wo ich Probleme habe, das muss er, das muss sie dann irgendwie lösen. Wenn ich unglücklich bin, muss er mich glücklich machen. Der arme Mann und die arme Frau biedige Frau denn sie hat Erwartungen, die niemals erfüllt werden können. Потому что es gibt Erwartungen, die niemals erfüllt werden können. Aber sie wartet darauf. Aber es kommt nichts. Aber es kommt nichts. Und das über einen längeren Zeitraum. Und auch das kann eine Beziehung belasten. Weil man erst mal klären muss, was erwartest du vielleicht auch von mir, was erwarte ich von dir. Ganz egal, worum es in unserem Leben geht, es sind immer Erwartungen. Ich predige, ich stehe jetzt hier und predige. Du sitzt und in Wirklichkeit hast du gewisse Erwartungen an die Predigt oder an mich. Und ich habe Erwartungen an dich. Dass du zuhörst. Und so besteht unser Leben aus, wie gesagt, aus Erwartungen. Und deswegen, im Grunde genommen, wir haben es erwähnt und ich erwähne es gerne, so wichtig ist die Kommunikation. Поэтому, ich habe es schon erwähnt, ich habe es noch einmal erwähnt. Es ist sehr wichtig, zu kommunizieren. Diese einfachen Fragen zu stellen. Was erwartest du von mir? Zadавать эти простые вопросы. Чего ты ждешь von mir? Oder anders gesagt, wer bin ich für dich? Oder anders gesagt, wer bin ich für dich? Und deswegen, da muss man ein bisschen rumgraben, gucken. Das ist vielleicht auch mit ein bisschen Arbeit verbunden. Aber im Grunde genommen, diese Sachen führen zur Einheit. Ich lese auch Sprüche 13, 12. Ich lese auch Sprüche 13, 12. Wahrwerden herrscht Leben und Freude. Nicht nur lange warten, sondern dass es gar nicht in Erfüllung gerät. macht es das Herz krank. Weil manche Menschen auf etwas warten, was sowieso niemals eintreten wird. Hätte man die Sache geklärt, wäre das Herz gesund, wäre die Beziehung in Ordnung. Deswegen muss man auch darauf achten. Okay, wir kommen zu Punkt 3. Der extrem wichtig ist. Und der heißt unbehandelte Konflikte. Streitereien wird geben. Meinungsverschiedenheiten, das ist das Leben. Разные мнения, это нормально. Man ist in dem Gespräch, man ist in dem Austausch. Мы в разговоре, мы делимся друг с другом. Wir müssen immer verstehen, es kommen zwei unterschiedliche Personen, treffen aufeinander. Wir müssen понимать, что две совершенно разные личности встречаются друг с другом. Zwei unterschiedliche Lebensgeschichten. Dве совершенно разные жизненные истории. Zwei Familien, zwei Prägungen treffen ja im Grunde genommen aufeinander. Dве семьи, которые совершенно по-разному имели влияние, они встречаются друг с другом. Aber bei mir zu Hause hat man das so gemacht. Но у меня дома делали так и так. Und deswegen man merkt, wie einfach dieser ganze Hintergrund sich auch auf die Beziehung auswirkt. Поэтому мы замечаем, как наше прошлое, то, из чего мы вышли, как оно влияет на наши отношения. Und es kann zu Reibereien kommen und es wird dazu kommen. И поэтому может прийти к теркам и это нормально. Aber die Frage ist, führt man dieses Gespräch auch wirklich zu Ende. Ist man in der Lage, das Gespräch so weit zu führen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Frieden. Ich verstehe jetzt, warum du denkst, wie du denkst. Und genau zu diesem Punkt zu erklären, vielleicht ist es mit Arbeit verbunden oder mit Zeit Schmerzen und Tränen, aber dieser Punkt muss eintreten. Denn die Sache ist, wenn man dann einfach sagt, ach, das ist wieder deine Meinung, wir lassen das einfach. Dann bleibt etwas im Herzen trotzdem hängen. Vielleicht ist es eine Situation. Dann kommt es noch mal und noch mal und noch mal und noch mal und dann läuft man mit diesem Ballast herum. Und diese Punkte belasten unsere Beziehung, ob wir es wollen oder nicht. weil es ungeklärt ist, gehen wir sogar mit unserem Partner anders um, als wenn wir frei wären. haben, weil es nicht möglich ist, dass wir mit unserem Partner ganz anders sind, als wenn es alles разрешилось und wir свободны Deswegen, wir haben das letzte Mal über Kompromissbereitschaft geredet, ihr erinnert euch daran? Das hängt da auch ein bisschen mit zusammen, deswegen, ich habe ja gesagt, es gibt Überschneidungen. Man muss miteinander reden. Wir müssen mit друг с другом deswegen, es gibt so schön diesen Satz, wenn ein Ehepaar noch miteinander streitet, dann gibt es noch Hoffnung. Поэтому, es gibt so ein Ehepaar wenn sie aber aufgehört haben zu reden, wenn man nicht für etwas kämpfen möchte, wenn man dem anderen also je nachdem wie man es sieht, wenn man selbst eine Situation nicht mehr vertreten möchte, wenn man nicht mehr nach einem Ziel sucht, dann ist vielleicht schon vieles verloren. Epheser 4, 26 Werdet ihr zornig, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gneuvаясь, nicht gräschите. Pußt ваш Gneuv пройдет, prежде чем зайдет Sonn. Klärt die Sachen so schnell wie möglich. Разрешите Spor, решите вашу проблему so быстро, wie es möglich ist. Tue du den ersten Schritt. сделай du первый Schritt. Nein, er muss kommen. Sie muss kommen, sie ist schuldig. Es ist völlig egal, deine Aufgabe ist es, die Sache zu lösen. Je schneller, desto besser. Ich weiß, es ist nicht einfach. Jeder von uns hat seinen Stolz. Aber es geht um etwas Gemeinsames. Und deswegen einfach nur nochmal umzubetonen, je länger man es ziehen lässt, desto schlimmer wird es. Okay, ihr wisst Bescheid. Wir klären die Sachen schnell. Und so möchte ich zum vierten Punkt kommen. Seht ihr dieses wundervolle Bild? Gewohnheit und Langeweile. Am Anfang ist es vielleicht noch besonders, man kennt sich noch nicht. Man lernt sich kennen. Man macht vielleicht besondere Aktivitäten. Und man ist voller Kreativität. Doch dann kann man in so eine Lebenslage hineinkommen. Man kennt sich schon. Man kennt das ganze Umfeld. Und dann sitzt man da so nebeneinander. Doch die Sache ist genau das ist entscheidend für diese Situation ist nicht der andere. Also ich meine was ich damit sagen möchte nicht der andere ist schuld an dieser Situation. Oftmals denken der andere ist immer für alles verantwortlich. Lasst uns umdenken. Ich bin der Verantwortliche. Ich kann etwas hineinbringen. So wie ich eben gerade gesagt habe, wir können den ersten Schritt machen. Manchmal merkst du, es braucht Veränderung. man ist in eine gewisse Gewohnheit hineingekommen. Du merkst dass etwas was ändern. Dann kannst du den anderen ansprechen und sagen, lass uns etwas Neues machen. Lass uns neue Ziele setzen. Und die Beziehung lebt davon, dass man zusammen in Aktivität ist. Und die Beziehung lebt davon, dass wir gemeinsam etwas machen. Denn ich weiß, man kommt sehr schnell in diese Routinen hinein, besonders wenn man sehr viel zu tun hat. Aber es braucht diese besondere Zeit in der Beziehung, wo man einfach sagt, das ist unsere Zeit, wir machen das, was uns beiden gut tut. Also ich sage jetzt nicht, wir müssen jetzt unbedingt beide Fallschirmen springen oder was weiß ich was. Sondern wo man einfach sagt, was gefällt uns, wo können wir miteinander Zeit verbringen, was wird uns gefallen, wie ich gesagt habe, es kann vielleicht auch mal eine Reise sein oder irgendwie sowas. Vielleicht ist es einfach ein Spaziergang oder was auch immer. Ja, das ist ja die Sache, es ist ja wieder etwas Individuelles. Der eine sagt einen Spaziergang, ich finde es cool, ich gucke mir die Natur an, wir führen Gespräche. Der andere sagt, nee, ich finde es cool, wenn wir zusammen einfach einen Film gucken und im Nachhinein darüber reden, keine Ahnung. Wie findet man heraus, was richtig ist? Wie man найти, was richtig ist? Durch das Gespräch. Das A und O. Anders funktioniert es nicht. Und deswegen können wir dem Ganzen entlaufen. indem wir miteinander sprechen, indem wir offen miteinander sind. Und deswegen, ich habe es schon letztes Mal gelesen, aber ich finde es so cool, ich lese es einfach nochmal. Sprüche 18 15. Kluge Menschen sind stets offen für neue Erkenntnisse. Ja, sie suchen sogar danach. Ich schon gesagt , aber es ist so , ich leise es noch wieder es ist 18 15. Ich finde es in Deutschland so schön, die klugen Menschen, die suchen nach neuen Möglichkeiten, die bleiben nicht stehen. sehr нравится, wie es in Niemes ist, dass ум Leute und sie suchen neue Möglichkeiten, sie nicht stoppen. Denn es gibt so viele Möglichkeiten. Du darfst niemals an den Punkt kommen, wo du sagst, ich weiß schon alles. Sondern wir sind alle auf dem Weg, alle auf der Suche. Wir kennen Gott, wir kennen unseren Partner, wir sind auf der Suche, und diese Herzenseinstellung ist das, was uns voran treibt. Wenn wir sagen, früher war alles gut, die Beziehung lief ja auch so, als wir geheiratet haben, habe ich ihr gesagt, ich liebe dich. Das weiß sie doch jetzt. Seit 25 Jahren weiß sie das, warum sollte ich ihr das sagen. so funktioniert das nicht, ich sehe euer Grinsen. Und deswegen sind wir auf der Suche, wir sind auf dem Weg. Und wir kommen zum letzten Punkt, und den nannte ich emotionale Unterstützung. Wenn wir auf dem Weg sind miteinander wird es nicht nur die Hoch geben, sondern auch mal tief. Und genau diese Momente sind entscheidend. Wenn der andere Unterstützung braucht, ist, wenn versteht Unterstützung ganz anders. Das habe ich auch in der Beziehung verstanden. Wenn jemand ein Problem hat, dann sage ich ihm, da ist die Lösung. Geh und du. Nein, da ist die Lösung. Das ist der Weg. Ich sehe mich oder ich denke immer als Problemlöser. Aber die Sache ist, meine Lösung wird gar nicht gebraucht. Manchmal wird gesagt, nein, du musst mich einfach unterstützen. Du musst mir einfach sagen, dass alles okay ist, dass alles gut ist. Da ist das Problem, da ist die Lösung. Meine Denkweise, meine Unterstützung, nein, sie braucht etwas anderes. sie braucht emotionale Unterstützung, sie weiß, dass ich mit ihr zusammen diesen Weg gehen werde. Und das ist genau der Punkt, oftmals, wenn wir mit unserem Partner reden, dann reden wir aus unserer Sichtweise heraus. Wir sehen ein Problem und denken uns, was würde mir helfen, und das sagen wir unserem Partner. Aber in Wirklichkeit müssen wir umdenken, aber wir müssen uns die Frage stellen, wie denkt er und was braucht er. Was für eine Unterstützung braucht er eigentlich? Man kann den Partner auffragen, wie kann ich dich unterstützen? Was brauchst du jetzt eigentlich? Und ich bin mir sicher, dass es oftmals vielleicht etwas ganz anderes sein könnte, als wir es uns vorstellen. Wie gesagt, zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, zwei Geschlechter treffen aufeinander. Wie ich schon gesagt, zwei совершенно разные личности, zwei разных Polen встречаются друг mit другом. Und deswegen ist jetzt einfach die Frage, sind wir bereit, auch diesen Schritt zu tun, um umzudenken, um uns in diese Person hinein zu versetzen. Und genau wie ich gesagt habe, diese Momente, wenn der Partner merkt, ich kriege diese Unterstützung, das verbindet. Und wie wir haben, wenn unser Partner denkt, dass er ist, поддержung, sie объединяют diese Momente. Es ist diese Verbundenheit, diese Emotionale Verbundenheit. Im Grunde genommen ist diese Emotionale Verbindung das, was uns eigentlich immer bewegt. Emotionale das, was uns die Kraft gibt, voranzukommen. Sie sind das, was uns auch motiviert. Ob wir wollen oder nicht, es ist das, was wir suchen. Menschen gehen in den Laden, werden von ihren Emotionen getrieben, kaufen Dinge und kaufen Dinge. Menschen gucken einen Film, woran entscheiden sie, ob der Film gut oder schlecht war? Er hat mich emotional berührt. Die ganze Spieleindustrie ist darauf ausgelegt, dass man eine Geschichte schafft oder den Spieler hineinzieht, seine Emotionen berührt, dass er Interesse hat, weiter zu spielen. Deswegen, nur weil wir Christen sind, heißt es nicht, dass wir nicht mehr auf unsere Emotionen achten sollen. Denn Emotionen sind auch von Gott gegeben. Die Frage ist nur, wie sie sich zeigen und wann sie sich zeigen. Und deswegen ist es einfach nochmal, um es abzurunden, wichtig zu verstehen, wo steht mein Partner gerade. wie kann ich ihn gerade jetzt emotional oder sie emotional unterstützen. unterstützen. Denn genau das ist entscheidend. Auch hier zeigt sich diese dienende Liebe Christi einander zu unterstützen, auch auf zu nehmen. Aber Christus sagt, gib. Es ist besser zu geben, als zu nehmen. Und du wirst sogar sehen, dass wenn du gibst, kann es sein, dass der andere einfach selber in einer Leere spürt, eine Not hat und dadurch auch gesegnet wird und dann auch selber wiedergeben kann. Und so lese ich nochmal, so wie letztes Mal aus Galater 6, 2. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, was wir von Christus haben. Ihr wisst, ich habe gesagt, ich rede jetzt über Mann und Frau oder über die Beziehung. Aber diesen Aspekt oder diese Aspekte kann man ja immer auf alle Lebensbereiche beziehungsweise auf verschiedene Beziehungen übertragen. Beziehungen zu Freunden, Beziehungen zu Eltern, Beziehungen zu Eltern, wie viele unbehandelte Konflikte gibt es noch zwischen Eltern und Kindern, wie viele Situationen gibt es, wo sich das Leben verändert, die Kinder vielleicht umziehen, aber die Eltern damit nicht umgehen können. Die Kinder heiraten, die Eltern sind beispielsweise dagegen, zu was für Konflikten kann das führen? Wenn wir schon bei Eltern und Kindern sind, die Eltern waren völlig eingenommen durch die Kinder, durch diesen Alltag, auf einmal sind die Kinder aus dem Haus, die Eltern bleiben alleine. Und dann kommt wieder diese Gewohnheit oder Langeweile hoch. Was machen wir jetzt? Die ganzen Jahre haben wir so wenig Zeit miteinander verbracht und uns auf die Kinder fokussiert. Jetzt sind die Kinder weg. Was machen wir miteinander? Wie gesagt, man kann es aus verschiedenen Perspektiven beachten. Mein Wunsch ist einfach wieder aus den fünf Punkten sucht euch das raus, wo ihr merkt, das spricht mich gerade an. Wo ihr einfach merkt, darüber muss ich wiederhole es es geht nicht nur um das Hören es geht um die Umsetzung ich повторяюсь und повторяюсь mit stark Beziehungen zwischen Eltern und Kindern aber auch starke Beziehungen wie heute so schön gesagt wurde wir sind auch eine große Familie dass auch diese Beziehungen stark sind und so komme ich zu meinen Lieblings Fragen das Warum und das Wie Warum hat mich dieser Punkt heute angesprochen Was ist in meinem Herzen dass ich merke dass Gott in diesem Punkt da anklopft aber nicht nur das Warum sondern das Wie will ich es umsetzen Was muss ich verändern das ist entscheidend und deswegen werden wir jetzt beten dass Gott uns weisheit schenkt in der Umsetzung dass Gott дал нам mudre в применении того что мы услышали dass Gott uns ja auch den Mut schenkt das Gespräch zu starten denn wie gesagt manchmal wissen wir was wir tun müssen aber tun es trotzdem nicht vielleicht stellst du dir die Frage soll ich wirklich diese alten Geschichten hochholen aber in wirklich merkst du dass es dein Herz belastet aber du merkst dass dein Herz belastet und es lässt nicht zu dass du frei lieben kannst und es nicht позволяет тебе свободно жить frei leben und lieben und leben und deswegen lasst uns ins gebet gehen mit Gott uns mut und weisheit schenkt Jesus Christus wir danken dir dass wir über so ein wichtiges Thema sprechen es geht um Beziehungen es geht einfach um Personen mit denen wir unser ganzes Leben leben Herr Es geht um unsere Partner und manchmal leben wir trotzdem in Unvergebenheit miteinander und wir leben in непroщения друг mit друг und manchmal ist es vielleicht so tief dass wir es womöglich schon fast vergessen haben aber dann kommen Situationen auf und wir merken dass es noch in unseren Herzen steckt Jesus ich bitte dich dass du uns jedem Einzelnen den Mut schenkst einfach das Gespräch zu suchen mit dir aber auch genauso mit dem Partner damit unsere Herzen diese Befreiung erleben du bist gekommen um uns zu befreien du bist gekommen um uns zu erlösen um uns Freiheit zu schenken aber das ist nur möglich wenn wir es auch wirklich selber wollen Jesus ich segne jede Beziehung jede Ehe Beziehung genauso auch die Beziehung zwischen Eltern und den Kindern ich segne Freundschaften Jesus dass wir in unseren Beziehungen weise handeln Jesus dass wir die ersten Schritte wagen dass wir vielleicht auch dadurch zeigen dass wir nach deinen Prinzipien und Werten leben Herr hilf uns dienende Herzen zu haben so wie du es hattest Herr und wir möchten in unseren Beziehungen auf dich schauen von dir lernen und das Ganze umsetzen und alles примen Jesus wir danken dir Halleluja Amen Halleluja Amen